Musik Kurz steht hier in der Sitzung des 20. Leutes Für mich ist es nicht ein Wettkampf zwischen zwei Städten, zwischen Bonn und Berlin. Bei allem Respekt, es geht auch nicht um Arbeitsplätze, Umzugs- oder Reisekosten. Das alles ist wichtig. Aber in Wahrheit geht es um die Zukunft Deutschlands. Das ist die entscheidende Frage. Und deswegen bitte ich Sie herzlich, stimmen Sie mit mir für Berlin.